Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach, ihr wisst ja, wie das Spiel heißt. So, wir spielen heute mit dem Höllen und mit dem Guter. Ich bin schon sehr gespannt, wie das sein wird. Falls ihr irgendeinen Namen für ihn habt, weil ich habe noch keinen für ihn, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare. Aber bitte nicht irgendwie sowas wie Fluffy, Schnuffi oder Pupsi. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so meins. Vielleicht Bello oder so? Oder Hasso oder keine Ahnung? Naja, denkt euch einfach einen lustigen, schönen Namen aus für unseren Kläffer hier. Ich sammle hier mal so ein bisschen Fleisch ein. Denn ich brauche das Fleisch, um ihn abzulenken. Denn unser Wauwau ist sehr gefräßig. Er hat immer Hunger. Er ist schlimmer wie Paulchen. Oh, hier ist noch ein Auge. Weiter geht's. Hier noch ein Auge. Hier mal fix rein. So. Ist hier noch was? Ah, hier. Zack. Und ein Äuglein. Wo ist denn unser Wauwi gerade? Ach, der ist noch unten und er sieht weiß. Oder schwarz-weiß, eher gesagt. Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber können Hunde nicht generell schwarz-weiß sein? Oder haben die nur bestimmte Farben gesehen? Oder verwechsele ich das jetzt mit den Katzen? I don't know. So. Das. Einmal das. Und einmal das. So. Wo ist der? Unser kleiner Freund? Leckmilch. Ich bin nicht zu Hause. So. Und das war's auch schon. Krass. Zwei Minuten 15. Also da machen wir noch eine Runde, Leute. Und dann zeige ich ihn euch mal in Action. Weil das war ja jetzt nix, ey. Das war ja noch nicht mal ein Song. Das ist ja... Ne, das kann ich euch nicht bieten. Da muss noch eine Runde her. Ach so. Ich sollte mal auf Fortsetzen klicken. Ach ja. Und das ging ja jetzt richtig fix. Und das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich sammle so ein bisschen was ein. Einfach nur um die Zeit zu überbrücken. Bis er denn endlich kommt. Denn bis jetzt ist er noch lahmarschig. Weil wir noch auf Anfänger spielen. Aber das wird sich dann ja ändern. Sobald wir immer ein Schwierigkeitsgrad höher rücken. So. La 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 la. La la la. Hä? Geht er durch? So. Zack. Noch ein Äuglein. Zack. Zack. Und zack. So. Dann lege ich hier mal ein Fleischchen hin. Ein Fleischchen vor allen Dingen. Ein Stück Fleisch. Oh Gott. Wo geht er denn da durch? Und dann bin ich ja mal gespannt. Wie er so in Action ist. Und wie überhaupt die Szene abläuft, wenn er uns kriegt. Ah, er kommt. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Komm her, kleines Wuffi Wuffi. Ja, fein. Ja, fein. Komm zu Mama. Ach ja. Da ist er ja. Wow. Die Mega-Animation. Na los, fang mich, fang mich, fang mich, fang mich, fang mich. Wow. Das, meine lieben Damen und Herren, war die krasseste Animation, ein Fleisch zu essen ever. Ever, 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 ever. Wow. Das ist echt krass. Also der hat das Fleisch noch nicht mal berührt. Und Bams war das weg. Krass. Krasser Scheiß. Ja, also das ist unser neuer Gegner für die nächsten neun Folgen, die noch kommen werden. Ja, bin ich gespannt, wie das noch so mit ihm wird. Wie gesagt, ne, denkt euch einen schönen Namen aus für unseren kleinen Freund, der bald unser schlimmster Albtraum sein wird. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Wenn unser kleiner Kläffer ein bisschen schneller ist. Und ja. Bis dann. Bye, bye.